Ein breites Sortiment, kompetente Beratung, eine großzügige Ausstellung und ein eigener Fuhrpark. Mit diesen Argumenten ist die Stadelbauer Holzhandels GmbH seit über 80 Jahren erfolgreich am Markt. Hinter der schnellen Belieferung aus dem eigenen Lager stehen eine effiziente Disposition und eine moderne Telematiklösung. Sie sorgt für eine optimale Auslastung sowie den wirtschaftlichen und umweltgerechten Betrieb der Fahrzeuge. Die gefahrenen Kilometer können deutlich reduziert und die Auslastung erheblich gesteigert werden. Der Fuhrpark ist der größte Kostenblock im Holzhandel. Telematik bietet viele Möglichkeiten für Einsparungen. Stadelbauer vertraut auf eine Telematiklösung von Areal Control. Sie integriert das GPS-Ortungs- und Trekkingsystem TIMI, eine Navigationslösung von Garmin sowie eine Rückfahrkamera. Die professionelle Fuhrparklösung berücksichtigt Höhe, Breite, Länge, Achslast, Tonnage der Lkw sowie die Gefahrgutvorschriften der GGVS. Auf Arealkontroll wurde ich durch Geschäftsfreund aufmerksam. Ich habe mir das genau angeschaut, bin darauf aufmerksam geworden, dass die den Telematik-Award gewonnen haben. Und letztendlich entscheidend war das Gespräch mit Herrn Rechtsteiner. Das hat mich sofort überzeugt. Die Disponenten von Stadelbauer schicken die einmal eingegebenen Adressen und Nachrichten direkt aus dem Telematikportal zum Fahrer. Dieser antwortet per Tastendruck und übernimmt so zum Beispiel einen neuen Auftrag. Im Portal wird anschließend die kalkulierte Ankunftszeit angezeigt. Und nicht nur das. Über die internetgestützte Anwendung können jederzeit die zurückgelegten Strecken jedes Lkw zurückverfolgt werden. Das Portal stellt Areal Control im Corporate Design von Stadelbauer zur Verfügung. Und wie lief die Einführung? Wir haben jetzt seit einigen Tagen das System im Einsatz. Das ist eine Komplettlösung. Wir haben die Ortung drin. Auswertungen gibt es reichlich. Und als kleine Zusatzfunktion für die Fahrer haben wir noch eine Rückfahrkamera installiert. Das funktioniert wunderbar. Und alle, die damit arbeiten müssen, sind sehr zufrieden. Und die Ausführung ist sehr professionell und problemlos. Fazit? Mithilfe der Telematiklösung von Areal Control hat die Stadelbauer Holzhandels GmbH Kundenservice, Umweltbilanz, Wirtschaftlichkeit und die Mitarbeiterzufriedenheit verbessert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017